Hallo und willkommen zu meinem Gratistipp für heute. Heute möchte ich Ihnen einfach mal ein kleines WordPress Plugin, ein kleines Tool vorstellen für den WordPress Blog. Und das eignet sich hervorragend, um zum Beispiel aus einem bestimmten Kanal bei YouTube zum Beispiel ein Video zu präsentieren. Sie sehen das hier auf meiner Gratistippsseite, habe ich das gleich eingebunden. Ich habe es betitelt mit meinem neuesten YouTube-Video. Das Schöne daran, man kann hier einen extra Link noch einfügen für den eigenen Kanal oder für einen Kanal, den man vielleicht auch empfehlen möchte. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann öffnet sich eben ein neues Fenster. Das Video beginnt direkt. Ich bin da mal ganz kurz ruhig, damit Sie einfach sehen, wie das funktioniert. Hallo und willkommen zu Ihnen. Ja, also das Video öffnet sich direkt über Ihren Blog oder in Ihren Blog. Das heißt, der User kommt nicht direkt auf den YouTube-Kanal, was man ja oft auch gar nicht haben möchte, sondern kann, wenn er hier jetzt dieses Video wegklickt, wieder direkt Ihren Blog begutachten. Also ein tolles Tool. Ich stelle es in Kürze natürlich im Detail vor, aber unter diesem Video bzw. in meinem Blog finden Sie auch den Link zu diesem tollen Plugin. Viel Spaß damit. Bye-bye, Ihr Folgerschieden.